Rezession auf der einen Seite, ein neuer Bullenmarkt am Aktienmarkt auf der anderen Seite. Es gibt viele Punkte, die Anleger momentan verwirren und dementsprechend ist es sinnvoll, einen Blick auf die Basics zu werfen. Wir befinden uns in einer Situation, in der die Regierungen sich entschieden haben, die weltweite Wirtschaft in einen Schlaf zu versetzen. Das soll die Ausbreitung des Covid-19-Virus entsprechend reduzieren. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind allen wohl bekannt. Was Sie hier in der Überschrift, respektive in der Darstellung sehen, das sind die verschiedenen Programme, die auf staatlicher Ebene stattfinden, um die entsprechenden Auswirkungen zu reduzieren. Sie sehen das hier jeweils dargestellt an der Hochachse in Relation zur Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes. Und wir können schon sehen, dass insbesondere auch Deutschland hier wirklich exorbitante Maßnahmen vornimmt und die Folgen für die Bevölkerung, respektive auch für die Unternehmen auch zu mindern. Das heißt, wir sehen hier, dass tendenziell wahrscheinlich auch die starken Staaten, auch wiederum gestärkt aus der Krise hervorgehen. Staaten, die sich vorher eher schwächer präsentiert haben, wo vielleicht auch Hausaufgaben auf der strukturellen Seite über Jahre oder gar Jahrzehnte nicht gemacht worden sind. Die werden relativ auch schwächer und auch langsamer aus der Krise herauskommen. Insbesondere in der Eurozone erhöht das natürlich den politischen Druck. Das erhöht perspektivisch auch wieder die Anfälligkeit für populistische Tendenzen. Dementsprechend viele Diskussionen und Themen, die wir bereits aus der Finanzkrise und auch der Eurokrise kennen, die werden uns auch in Zukunft wieder bevorstehen. Wenn der Staat als Kreditgeber, als Partner einsteigt, wenn der Staat Kurzarbeitergeld entsprechend finanziert, seine Defizite ausweitet, dann muss das jemand finanzieren. Wir haben in dieser Woche die japanische Notenbank gesehen, die sich geäußert hat. Wir haben die US-Notenbank gesehen. Wir haben heute die Europäische Zentralbank gesehen. Allgemein kann man sagen, dass alle Notenbanken bereit sind, alles zu tun, um die finanziellen Auswirkungen der aktuellen Krise zu meistern. Alles hat seinen Preis. Wir können das dementsprechend auch sehen, dass die Notenbankbilanzen sich massiv erhöhen. Sie können diese Interventionen in die Kapitalmärkte, in die Anleihenmärkte, dementsprechend zumindest quantitativ, also zahlenmäßig, an den Notenbankbilanzen ablesen. Hier mal dargestellt, das Ganze für die US-Notenbank, respektive hier unten auch für die Europäische Zentralbank. Grundsätzlich kann man hier sagen, es wird alles getan, was erforderlich ist. Nicht nur, dass man Geld in die Märkte pumpt, sondern auch Kriterien werden gelockert. Das Banken- und Finanzsystem wird gestützt. Das ist positiv, weil wir dementsprechend eine Liquiditäts- und Bankenkrise aller 2008 verhindern. Aber es hat natürlich auch wieder Ansatzpunkte, die man moralisch kritisieren kann. Man kann dementsprechend vielleicht auch Marktteilnehmer und auch Unternehmen in der Zukunft zu Fehlverhalten motivieren, weil man am Ende sich doch auf den Staat und die Notenbanken verlassen kann. Also, da sind viele negative Aspekte, die man in diesem grundsätzlich guten Ansatz, die Wirtschaft und auch die Konsumenten und insgesamt natürlich die Gesellschaft hier zu stützen, natürlich auch berücksichtigen muss. Neben den Interventionen in die Kapitalmärkte sehen wir bei den Notenbanken natürlich auch die Zinsthematik hier mal dargestellt für verschiedene Währungsräume, die Zinsen entsprechend hier dargestellt zum Beginn des Jahres 2002. Und da sehen Sie schon in der Eurozone, da hatten wir einen Zins von 4,25%. Heute sind wir bei 0%. In den USA hatten wir einen Zins von 5,25%, heute 0,25%. Also, der Zins ist der Preis des Geldes, er hat eine wichtige Lenkungsfunktion, er hat auch gewisse Aufbewahrungsfunktionen natürlich. Dementsprechend der Preis des Geldes auch als Kompass für die Bewertung von Kapitalanlagen, auch für die Steuerung, für das Verhalten der Wirtschaftsobjekte, das fällt weg. Und dementsprechend das negativ für die Sparer, positiv für die Schuldner. Und wir müssen uns eben auch klar machen, dass die Staaten heute höhere Schulden haben können, aber trotzdem ihre Zinslast deutlich niedriger ist als vielleicht vor einigen Jahrzehnten. Warum? Weil die Zinsen eben nur noch einen Bruchteil dessen darstellen, was man aus der Vergangenheit kannte. Wenn wir das Ganze mal in der Woche betrachten oder im Lauf des Kalenderjahres, dann sehen wir hier mal schön dargestellt, inwieweit die Aktienmärkte, das sehen Sie hier dargestellt, in diesem Türkis sich im Rahmen des Corona-Schocks um 30, 35% im Preis reduziert haben. So bis Ende März. Danach kam wieder ein bisschen mehr Euphorie. Seitdem sind die Märkte wieder stark gestiegen. Nur noch rund 11,5% das Minus für den globalen Aktienmarkt. Wenn Sie sich Unternehmensanleihen betrachten, schwächerer Bonität, auch die Fallen Angels fallen da mittlerweile rein. Also Unternehmensanleihen mit vernünftiger Kreditqualität, die jetzt jüngst abgestuft worden sind, sehen Sie auch minus 8% Gold plus 13% und der Anleihen global Währungsgehedge gegen Euro plus 2%. Also alles in allem sehen wir, die Welt ist erstmal nicht untergegangen. Wir konnten vor allem auch feststellen, dass sich die Aktienmärkte als Seismograph sehr stark erholt haben. Definitionsgemäß ab einem Preisaufschlag von 20% sind wir in einem neuen Bullenmarkt. Und da schließt sich eben auch dieser Kreis. Auf der einen Seite eine offensichtliche Rezession, die hoffentlich nicht in eine Depression abgleitet. Die Staaten und die Notenbanken können das vielleicht verhindern. Der Preis dessen sind exorbitante Eingriffe in das System. Wir haben weniger Marktwirtschaft, wir haben ordnungspolitische Probleme, wir haben eine steigende Inflationsgefahr, wir haben eine Geldmenge, die so stark steigt, wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Die Frage ist nun natürlich, wird das irgendwann mal inflationär werden, nicht nur bei den Vermögenspreisen wie Aktien, Immobilien oder auch Anleihen, sondern eben auch an den Märkten für eben die Konsumgüter, also an der Tankstelle, am Supermarkt und respektive natürlich auch in sonstigen Dingen des täglichen Lebens. Aktuell, die gute Nachricht, zumindest nach der offiziellen Lesart, die Inflation zurückgegangen. Sie können das hier sehen, der Wert für Deutschland im April 0,8%. Da gab es in diesem Monat ein paar Berechnungsthemen, aber ich glaube, allen ist klar, dieser disinflationäre Effekt des kollabierenden Ölpreises, der schlägt sich hier nieder. Natürlich auch die nachlassende wirtschaftliche Aktivität, aber Sie sehen auch schon, trotz dieser sehr niedrigen Inflationsrate, die mit Sicherheit ihre Probleme bei der Messung hat, dann sehen wir schon, dass Sie bei deutschen Staatsanleihen eine Minusrendite haben von minus 0,7. Wenn Sie dann nochmal 0,8% verlieren durch die Inflation, dann haben Sie minus 1,5% pro Jahr. Strafzinsen auf Kontoguthaben, auch das ein Thema, was uns erstmal begleiten wird. Und Sie sehen schon hier, mit Staatsanleihen der Eurozone oder auch Unternehmensanleihen, sehen wir, dass hier kein realer Kaufkrafterhalt möglich ist. Also, das ist ein großes Thema. Die finanzielle Repression, bei der wir Zinsen und Renditen unterhalb der offiziellen Inflationsrate sehen, das begleitet uns aktuell und das Risiko besteht natürlich darin, dass die Inflationsrate weiter steigt. Was bedeutet das für die Anleger? Wir sind in einer Phase, in der Sie sowohl einen stark steigenden Aktienmarkt gut begründen könnten, durch die Liquidität und durch die Eingriffe natürlich auch der Staaten. Sie könnten aber auch einen stark fallenden Aktienmarkt gut begründen, weil wir entsprechende Probleme bei den Lieferketten haben, Rekorde bei den Arbeitslosenzahlen, Probleme beim Konsumentenvertrauen, Probleme bei den Einkaufsmanagerindizes und, und, und. Also ein massives Maß an Verunsicherung. Also beide Varianten, beide Szenarien sind gut zu begründen. Dementsprechend als Anleger gilt es hier, sich erstmal mit den eigenen Hausaufgaben zu beschäftigen, sich auf das zu konzentrieren, was Sie selbst kontrollieren können. Und dementsprechend, ich habe es Ihnen mal mitgebracht, wenn Ihre Finanzplanung und Vermögenstruktur so aussieht, dass Sie alles in einen Ordner heften, dann sind Sie natürlich nicht gut gerüstet, um finanzielle Fragestellen gut zu beantworten. Die Kernfrage, die wir zu beantworten haben, ist, wie sieht meine Vermögenstruktur heute aus? Was habe ich in Geldwerten? Die leiden unter Inflation. Was ist mit den Sachwerten? Die können von Inflation zumindest mathematisch gesehen profitieren. Wie verteilt sich das auf Aktien, Anleihen und Rohstoffe? Und da sehen Sie mal eine Grafik hier dargestellt. Und da sehen Sie schon, unser Musteranleger, der hat 75% im Geldwert, nur 25% im Sachwert. Dieser Sachwert ist rein in Immobilien, also nicht besonders diversifiziert. Die Immobilien sind nur in Deutschland. Vielleicht wäre es besser, das Ganze stärker zu diversifizieren, mehr Risikostreuung zu wählen, also globale Aktien zu ergänzen. Anleihen aus verschiedenen Währungsräumen, beispielsweise noch Gold hier beizumischen, in der Rahmen der Immobilienquote zu diversifizieren. Das Cash nicht nur im Euro zu halten, sondern auch in einer anderen Währung. Also, da gibt es viele Themen, die man auf der handwerklichen Ebene tun kann. Und dementsprechend ist es wichtig, sich mit volkswirtschaftlichen Themen zu beschäftigen. Bleiben die Zinsen unten? Wird die Inflation steigen? Was passiert an den Kapitalmärkten? Aber die Kernfrage muss natürlich immer sein, wenn die Zinsen niedrig bleiben und wenn die Inflation nach oben geht. Wo trifft es mich in meiner Vermögenstruktur? Wo sind Klumpenrisiken? Welche Themen muss ich angehen? Und wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, auf strukturierter und vernünftiger Basis, dann sind wir gerne Ihr Ansprechpartner. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.